Es war kein Spiel wie jedes andere. Zum Auftakt ihrer Champions-League-Partie setzten Paris Saint-Germain und Başakşehir Istanbul zunächst ein Zeichen gegen Rassismus. Die Spieler knieten nieder, reckten eine Faust nach oben. Danach besiegte Paris den türkischen Meister 5 zu 1 und zog in die K.O.-Runde ein. Das Ergebnis geriet allerdings zur Nebensache, denn tags zuvor war das Spiel wegen Rassismus-Vorwürfen abgebrochen worden. Die UEFA twitterte, sie wisse von einem Zwischenfall bei der Partie und werde diesen untersuchen. Rassismus und Diskriminierung hätten in allen Formen keinen Platz im Fußball. Paris Saint-Germain schrieb, alle Formen von Rassismus gingen gegen die Werte des Vereins, seiner Mitarbeiter und Spieler. Was war passiert? Einer der rumänischen Schiedsrichter soll den Assistenztrainer der Istanbuler, den früheren kamerunischen Nationalspieler Pierre Vébeau, mit dem N-Wort beleidigt haben. Die Schiedsrichter sagen, sie hätten lediglich das rumänische Wort für schwarz benutzt, um Weibo zu identifizieren.